Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich darf euch heute die neue Verpackungsinnovation von Wilsa vorstellen. Und zwar, vielleicht kennen das einige schon von euch, die Marke Wilsa. Ich habe schon zwei Flaschen leer getrunken innerhalb einem Tag. Ich muss eigentlich viel, viel mehr Wasser trinken. Ihr wisst, ich bin momentan schwanger und durch gesundheitlichen Können muss ich viel, viel, viel mehr Wasser trinken eigentlich als normal. Und ich finde diese Flaschen wirklich sehr, sehr handlich. Das sind 0,75 Flaschen in so einem Sixpack, was auch sehr stabil ist und robust. Ich kenne sehr viele Sixpacks, wenn du die einmal hochhebst, dann reißen die sofort und alle Flaschen liegen auf den Boden. Aber die sind wirklich sehr stabil. Das kannst du auch nicht einfach so mit dem Finger hier durchbohren. Ja, ich liebe ja Mineralwasser. Das ist jetzt Medium. Ich finde das optimal für draußen. Die sind standfest, stehen perfekt und für den Spielplatz perfekt geeignet. Ist nicht zu schwer. Total handlich, wie man sehen kann. Und ich finde diese 1,5 Flaschen viel zu groß. Ich weiß nicht. Und diese Flaschen gefallen mir total. Also schmeckt auch sehr gut, das Wasser. Das kann ich auf jeden Fall zu 100% bestätigen. Natürlich schmeckt es kalt viel, viel besser. Ich stand jetzt auf dem Balkon und das Wetter ist momentan schön. Ich muss auch dazu sagen, dass Wilsa aus Rücksicht auf die Natur mit 10% weniger Material auskommt. Und es wird aus 30% Recycle-Anteilen produziert. Und spart durch den einteiligen Flaschenverschluss noch einmal Material ein. Also auch die Folien in der Sixpack-Verpackung sind neu und sind besonders nachhaltig. Das kann ich zu 100% bestätigen. Durch die Materialeinsparung ist die Wilsa Mineralflasche besonders leicht, aber auch trotzdem standfest und griffig. Das habe ich euch ja eben gesagt. Also ich finde, das ist einfach perfekt für die Hand und ist trotzdem nicht zu schwer. Also ihr könnt die Flasche perfekt mitnehmen beim Shoppen, beim Joggen, beim auf den Spielplatz gehen mit den Kindern. Die Flasche nimmt auf jeden Fall nicht so viel Platz weg wie eine 1,5 Liter Flasche. Wir lieben das Einkaufen. Wird natürlich auch leichter, weil der Trageriemen gepolstert ist. Und ihr wisst, wenn man so ein Sixpack trägt, dann tut das in den Händen weh und bei mir ist dann komplett alles in der Innenfläche rot. Und bei dem ist das nicht so. Ich zeige euch das mal. Das sieht man hier auch, dass das gepolstert ist. Und das tut überhaupt nicht weh. Überhaupt nicht. Ja, ich kann euch die Flaschen nur empfehlen. Ich danke Wilsa für die Zusammenarbeit und freue mich, die Flaschen vollstellen zu dürfen. Also zu 100% kann ich das nur empfehlen, weil 0,75 Liter Flaschen sind tausendmal besser, als wenn ich 1,5 Flaschen mit mir rumschleppen muss. Was viel, viel schwerer ist, als für die. Ihr könnt euch mal umschauen beim Rebo, ob ihr die beim Rebo auch findet. Ansonsten könnt ihr die auch auf Amazon umstellen. Ich freue mich, wenn ihr euer Feedback hinterlässt und auch mal diese Wilsa Getränke ausprobiert. Ich bin auf jeden Fall zufrieden und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.